Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Quellenkunde. In diesem Video tauchen wir etwas in die Numismatik ein und beschäftigen uns mit der Stiermünze von Julian Apostata. Hier sehen wir einmal vollständig die Stiermünze von Julian Apostata. Um uns mit der Münze näher beschäftigen zu können und ihren Hintergründen, müssen wir uns die Münze auch erst einmal genauer anschauen. Dafür starten wir mit der Vorderseite. In der Numismatik wird diese Aves genannt. Die umlaufende Schrift verrät uns, welcher Kaiser diese Münze prägen lassen hat. Dominus, Nosta, Flavius, Claudius, Ijanus, Pius, Felix, Augustus. Unser Herr Flavius, Claudius, Ijanus, frommer glücklicher Kaiser, kurz Kaiser Julian. Er war der letzte heidnische Kaiser nach der konstantinischen Wende, die das Christentum als Herrscherreligion etablierte. Deshalb wird Julian auch Apostata, der Abtrünnige, genannt. In der Mitte der Münze sehen wir den Kaiser Julian. Er lässt sich mit Bart, den man als Philosophenbart interpretieren könnte, einem Perlendiadem, Brustpanzer und Feldherrenmantel abbilden. Aber wer war Julian Apostata? Hier sehen wir ihn einmal abgebildet, auch wenn gesagt werden muss, dass man sich unter HistorikerInnen nicht sicher ist, ob diese Statue tatsächlich Kaiser Julian sein soll. Julian war von 360 bis 363 römischer Kaiser. Er war der Enkel von Konstantius I., Neffe Kaiser Konstantins des Großen und Vetter Kaiser Konstantius II. Jetzt darf man zurecht die Frage stellen, warum ein Kaiser, der nur drei Jahre lang regiert hat, tatsächlich so historisch relevant ist. Ganz einfach. Julian wollte als Philosophenkaiser die Christianisierung seiner Vorgänger stoppen und das Heidentum zurückbringen. Und weil diese Geschichte etwas verworren ist, schauen wir uns das einmal etwas genauer an. 337 ist Konstantin I. gestorben. Sieben männliche Verwandte des Kaisers Julian, darunter sein Vater Julius Konstantius und sein älterer Bruder, wurden innerhalb weniger Monate Opfer von gezielten Morden durch Armeesoldaten. Diese brutalen Taten zählten offenbar darauf ab, die Thronfolge ausschließlich den drei leiblichen Söhnen Konstantins I. zu sichern und etwaige Ansprüche der Halbgeschwister des Kaisers auszuschließen. Mit Ausnahme Julians und seines Halbbruders Gallus überlebte keiner der männlichen Verwandten das Massaker, welches vermutlich auf Betreiben von Konstantins II., einem der leiblichen Söhne, verübt wurde. Um unter dessen Herrschaft zu überleben, lernte Julian bei Zeiten alle Tricks der Verstellung. Er wurde als Christ erzogen und erhielt eine gute Ausbildung. Da er keinerlei Machtgelüste verspüren ließ, erhielt Julian die Erlaubnis, sich an den renommierten Hochschulen des Imperiums der Rhetorik zu widmen. Dort stieß er auf einen Kreis von Philosophen, die ihn in die Philosophie des Neu-Platonismus einweihten. Nach außen hin gab sich Julian weiterhin als treuer Anhänger des Christentums aus. Heimlich wandte er sich jedoch den paganen Mysterien zu und fand in dem Philosophen Maximus von Ephesus seinen geistigen Führer. Mit 21 Jahren, so Julian später, habe er sich vom Gott der Christen abgewandt und betete nun ausschließlich zu seinem heidnischen Rivalen. 355 n. Chr. mit der Nennung zum Cäsar und der Aufgabe, gallische Beutezüge abzuwehren, betrat Julian die politische Bühne. Obwohl militärisch unerfahren, meisterte er die Herausforderung, gewann die Truppen für sich und erwarb trotz Philosophenbads deren Anerkennung. Während eines Feldzuges gegen die Perser starb er am 26. Juni 363 bei Maraghan am Tigris im Alter von 31 oder 32 Jahren. Mit diesem Hintergrundwissen wollen wir uns jetzt den Rest der Münze angucken, denn Münzen waren ein gängiges Propagandamittel. Die Rückseite einer Münze nennt man Revers. Die Legende lautet Sicuritas rei Republike, Sicherheit des Gemeinwohls. Der Schriftzug am Boden Nika verweist auf die Münzprägungsstätte Nikomedien, heute Izmit in der Türkei. In der Mitte sehen wir das, was der Münze ihren Namen gibt. Wir sehen einen nach rechts gewandten Stier mit erhobenem Kopf. Über seinen Hörnern und seinem Rücken befindet sich je ein Stern. Auf die Frage, warum Julian seine Münze mit einem Stier geprägt hat, gibt es viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Am geläufigsten ist die Interpretation des Stiers als Opfertier. Der Heide Julian förderte das Wiederbeleben von Opferpraktiken. Einen Hinweis darauf gibt er auch Julian selber, der seinem Lehrer Maximus von Ephesus schrieb, Wir vollziehen den Kult der Götter vor alle Augen, und die Mehrheit des mit mir hierher gekommenen Heeres ist göttergläubig. Wir bringen öffentlich Stieropfer dar. Zum Dank für unser Glück haben wir den Göttern viele Hekatomben geweiht. Mir gebieten die Götter nach Kräften, in jeder Hinsicht auf kultische Reinheit zu achten, und willig gehorche ich ihnen. Sie verheißen uns reiche Früchte unserer Mühen, wenn wir nicht leichtfertig sind. Möglicherweise knüpfte Julian mit seinen Münzen auch an eine bestehende Prägetradition an. Unter Kaiser Gallienus gab es Münzen, die Gottheiten durch Tierdarstellungen repräsentierten. Der Sonnengott Zoll wurde auf diesen oft als Stier abgebildet, der starke Ähnlichkeiten mit Julians Stiermünze aufweist. Doch was, wenn der Stier auf der Münze nicht einen Gott, sondern den Kaiser selbst symbolisiert? Als glühender Verehrer der griechischen Literatur könnte Julian das Bild des Herdenführers von Dion Chrysostomos übernommen haben. Der Redner und Philosoph zeichnete den Stier als Sinnbild des idealen Herrschers und bezog sich dabei sogar auf Homer. Möglicherweise symbolisiert der Stier auf der Münze auch dessen Zeugungshoroskop. Anstatt des Tierkreiszeichens, dem man zugeordnet ist, könnte der Stier hier das Sternzeichen der Empfängnis darstellen. Da Julian im Sternzeichen Stier geboren wurde, könnte er dieses Münzbild bewusst als astrologischen Bezug gewählt haben. Diese Interpretation stützt sich auch auf die Sterne über dem Stier. Sie könnten Julians Hang zur Astrologie verdeutlichen oder aber auch die mythologischen Zwillingsbrüder Kastor und Pollock symbolisieren, die im Sternbild Zwilling verewigt sind. Zum Schluss möchte ich euch noch Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr das Thema und die Quelle im universitären oder schulischen Kontext weiter behandeln könnt. Besonders möchte ich darauf aufmerksam machen, für Lehramtsstudierende oder Lehrkräfte, dass die eine Münze die Kompetenzen des Beschreiben und Analysieren wirklich gut unterstützen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank.